Grüß Gott, hier Stefan von E-Booksofa. Ihr wisst schon, der mit der Buchhaltung. Und ich möchte euch heute ein super Buch vorstellen. Und zwar heißt es, das große Buch der Börse. Auf 1180 Seiten kriegt man da geballte Informationen über die Börse. Also ich habe es mir gekauft, weil ich möchte ja Vermögen aufbauen und es vermehren. Und wir trauen nicht von finanzieller Unabhängigkeit. Also ich tue es auf alle Fälle. Und wenn sie es auch tun, wäre das Buch für sie wirklich die erste Wahl. Also wenn aber hier in meinem Fall der bestehende Kapitalsprüfung etwas niedrig ist oder gar nicht vorhanden, beginnt der Vermögensaufbau schon früher. Gut, das will ich auch tun. Und zunächst gilt es halt, das Kapitalfundament zu schaffen. Und hier setzt das große Buch der Börse an, das Nachschlagwerk. Und das ist wirklich halt ein Nachschlagwerk, versteht sich als Ausstiegshilfe. Ausstiegshilfe, bzw. ich habe nicht versprochen, Entschuldigung, nicht Ausstieg, sondern Einstiegshilfe, mit dem sich der Berg des Börsenswissens erklimmen lässt. Und wir bekommen hier die wichtigsten Grundlagen zum Verständnis der überhaupt der Kapitalmärkte, den drei Säulen der Finanzmarktanalyse bis hin zur Einführung in die Welt der Derivate, Warrant, noch nie was von gehört, Turbo sowie CFDs und Clickoptions. Das erläutern halt zwei Personen, Schittler heißen die mit dem Namen und Michalki. Alles und das müssen wir halt als Einsteiger schon wissen, wenn wir ein Vermögen aufbauen wollen. Aber Fortgeschrittene kommen natürlich auch hier voll auf ihre Kosten. Und die wichtigsten Themen wie Portfolio-Management, Money-Management, autorisierte Handel und mechanische Handelssysteme werden von dem Autoren-Duo ebenfalls ausführlich erläutert. Also wirklich ein Top-Buch, hochinteressant und okay, wer sein Vermögen aufbauen will und die ersten Schritte damit erklimmen will, er sollte es sich wirklich leisten. Das Buch kostet 69 Euro, ich weiß, ein bisschen Geld, aber es ist ein Top-Buch, glauben Sie es mir. So, besuchen Sie uns gerne mal auf unserem Blog hier bei E-Book Sofa. Dort erwartet Sie auch ein wunderbares Geschenk. Und wenn Sie sich auch registrieren, bekommen Sie immer wieder ganz wunderbare Buchbesprechungen zugesandt. Also, ich bedanke mich für Ihr Zuhören, Ihre Geduld und freue mich auf ein Wiederhören mit Ihnen, Ihr Stefan von E-Book Sofa. Tschüss!